Der Kettlebell Clean ist für viele eine schwierige Übung, weil sie nicht das Gefühl haben, wie die Hand durch den Griff durchschieben muss, damit die Kettlebell sich sanft an den Arm anlegt. Es gibt aber einen ganz simplen Trick, wie man das alles gar nicht oder nur wenig machen muss, indem man beim Start nicht den Griff parallel zum Körper zeigen lässt, sondern 45 Grad versetzt. Das heißt, wenn ich mit rechts den Clean durchführen will, zeigt der Griff zu meinem rechten Fuß. Und wenn ich so die Kettlebell hinstelle, legt die sich automatisch schon hier in die Rack Position rein. Das heißt, von hier aus einmal kippen, 45 Grad nach hinten ziehen und dann liegt die schon sanft am Arm. Das ist der ganze Trick. Einfach mal ausprobieren. Viele sind sehr verblüfft. Diagonal hinstellen und dann Ellenbogen eng am Körper lassen und schon liegt die Kugel.